Ein Schaumkrünchen! Ja! Es gibt doch nichts Schöneres als ein herrliches Schaumbad. Bordabgleich wird... Gebt uns sofort das Geigenzeug zurück. Habt ihr gehört? Guck mal her, Petterson. Guck mal, was ich gefunden hab. Petterson, guck, was ich gefunden hab. Eine Karre voll gelber Blumen? Was hast du? Ich glaube, ich bin doch nicht so gut geeignet als Papa-Schwan. Wieso? Was ist passiert, Findus? Auf einen Schwan-Küken aufzupassen, ist ganz schön anstrengend. Naja, ich hab dich ja gewarnt. Hä? Ende aus. Das war's. Mugglers? Hä? Was? Was macht ihr da? Wollt ihr in die Küche rein? Ach, woher bist du denn auf einmal aufgetaucht? Wo hast du dich versteckt? Ihr habt sie gefunden? Drüben beim Baumstumpf? Und wollt sie jetzt zurückgeben? Wie süß! Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Dankeschön! Ganz ehrlich! Vielen, vielen Dank! Was? Bei dir im Hausflur? Wenn ich's dir doch sage! Und ich hab ne trockene Kehle! Gleich geht's los! Guck mal, hier rechts kannst du von dem kleinen Hügel runterrodeln. Und ich schaue vom Steg aus zu. Ja, perfekt! Noch perfekter wäre es allerdings, wenn du noch ein Kissen hättest. Mein Po ist nämlich schon jetzt eiskalt. Ach du Schreck, daran hab ich gar nicht gedacht. Na gut, dann komm ich auch ohne Po wärmer klar. Tja! 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 Was zum Donnerwetter stellt dein verrückter Kater denn jetzt wieder an? Pfannenschlitten-Akobatik! Erzähl mir nicht, dass du das noch nicht kennst. Nicht übel, die Vorstellung. Nicht übel? Ich finde das großartig. Ich brauche noch mehr Schwung. Dann fliege ich noch höher. Ja, die Pfanne ist der Hit. Die rutscht großartig. Und bis aufs Eis. Mein Pfannenschlitten ist ein Eiskarussell. Mir ist komisch.